Norddeutscher Rundfunk Die Flügel ist in der Nähe des Flügel. Lass es doch in den Steinbein, oder? Ja, so wie ich kam, das ist, da wurde fast Küki und ein bisschen etwas zu machen. Martin, habe ich nicht mehr gekriegt. Aber es geht nicht mehr, da hast du fliegt. Ja, das ist perfekt. Ja, über drei Minuten haben die auch hingewiesen. Aber so sind wir aber gerade auch nicht gefahren. Da lag der Pulsungsteiger. Ja, das ist gut. 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 Und dann geht es weiter. Untertitelung. BR 2018 Ja gut, ich hoffe, dass du 2 Runden gefahren, dann wirst du das weitergehen. Ja, natürlich, dann wird es knapp. Es war ja auch, es war ja auch, es war ja auch. Ja. Wir warten hier. Also gut, bei uns ging es noch, aber der Verbreyer war ja eindeutig vorbei. Ja, obwohl, ich weiß hier, wo Martin war. Wir haben hier die Rosenhandel gefahren. Die Rosenhandel ist ja auch gefahren. Ja, aber der hat Spaß, ja. Ja, ja, natürlich. Der hat gesagt, ich hab ja mit Autos extra dafür gebaut. Ja, ja. Guck mal, das war eine coole, echte Szene gewesen. Ja, aber das war richtig gefahren. Das ist mit dem Boot. Wir bauen jetzt, wir werden jetzt endlich mal eine Letztat. Also, ich ziehe jetzt mal, ich glaube, mit. Ich weiß, was wir jetzt woanders sind. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jetzt liegt uns egal. Ja, ja. Ja, ich glaube, es geht ja auch, das stimmt. Ja. Ja, da gibt es ein Schusseson. Aber das will ja nicht wissen, was ich sagen, aber ich hoffe, dass es hier jetzt ist. Ja, das ist in der Sonneweih. Und das ist von allem gut, dass die dann leider aufwärtslande werden, das ist nur so, aber ich glaube, es ist ein Müllgefahrer, glaube ich, aufwärtslande aufwärtslande. Ja, hier sind wir auch nicht. Hier ist doch auch einer am Hartplatz gefahren und sonst gerne. Ja, und da ist das auch mal hier. Ja, und da ist das auch mal hier. Ja, er ist dann nicht gewesen, weil er dort rechten Halbdarkuss gefahren ist. Suche, Monster! Hier, nehmen sie! Nehmen sie! Direkt von hier! Boah! Alter! Das Ziel war mir zu groß. Ich war ein bisschen groß, um es wegzuhauen. Das war's gerade wieder. Das war's gerade wieder. Ich probier's bloß, wie laden die Akkus. Ja, das ist doch. Dann müssen wir mal eine andere Autosatzeige laufen, und dann können wir die Ladegeräte über die Autosatzeige laufen. Läuft das Testteil über 12 Volt aus? Ja, das ist nicht. Wacht das nicht. Nein, ohne Testteil. Direkt von hier wollen wir die. Die brauchen ja zwei Volt. Ja, die wollen ja bloß zwei Volt. Ich dachte, der macht's nur aus Richtig und gleich drin. Ne, ne. Ja, reguliert sich ja auch zwei Volt runter. Der nicht auch aus Richtig kommt noch. Wie auch immer, aber die hat's nämlich gleich. Wie ist das denn? Ja, weil das sieht man? Wie ist das gerade? Ja, ja. Wie ist das? Ja, da ist das gerade nochmal. Ja, da ist der da vorbei. Oh, ach, ach. Da hat aber Reif jetzt brav tat gemacht. Da hätte er auch Kfitchen gemacht. Okay, das ist dann einfach mal ein, wenn man einfach nicht weitergeht. Am Anfang habe ich ja gedacht, bei meinem Rennen ist das klar. Ich war schön an dem Unfall vorbei. Erst schubt sich dann in der Cobra hinten die Wachsern leicht an. Und dann war ich ja wieder hinter mir. Ich habe meine Chance verpasst. Ja, aber dann ziehe ich noch mal ein paar Monate später hier trocken. Und dann bin ich klar, den haben sie einfach durchgefahren. Ich bin zwar langsamer geworden, aber der wartet ja auch auf den, den man verursacht hat. Ja, aber ich muss so langsamer werden, weil ich dann genau perfekt bin. Ja, aber die hast du mit denen nichts zu tun. Ich bin Wärmann einfach dein Helfer. Den habe ich mir auf fünf Wochen geh gelassen und dachte, mir ist ein Ding, den klemmst du nicht jetzt an. Ja, aber der Langstherr ist schon klar. Und da sind wir ja schon wieder zu den Aspen. Den bin ich dann auch fast wieder verloren, älter, weil ich dann ungefähr... Ich mache immer viel Fehler, wenn ich fast runterrutsche vom Lenkrad. Und dann wieder neu handelte. Dann komme ich erstmal der Ecke runden überhaupt nicht klar. Aber das ist irgendwie ein bisschen komischer. Du hast auch auf und auf und auf und auf und auf und? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020